Vielleicht können Sie uns jetzt genau erklären, worum es da genau geht, was Sie da erforschen und wie Sie es erforschen. Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten jetzt vor allem mit Krebszellen oder Zellkulturen, Krebszelllinien. Das bedeutet, dass diese Krebszellen wurden irgendwann einmal vor Jahrzehnten isoliert aus einem Patienten. Die wurden ganz genau analysiert und beschrieben und das kann man sich so vorstellen, die kann man sogar käuflich erwerben. Also da gibt es so quasi Zellbanken und da kann man sich eine ganz genau definierte, beschriebene Krebszelllinie kaufen. Und wir haben einige solche Krebszelllinien bei uns. Wir arbeiten derzeit in dem Projekt vor allem mit Magenkrebszellen und Diktamkrebszellen. Und was wir jetzt aktuell machen, ist, dass wir auf der einen Seite das reine CBD, das ist eines der Wirkstoffe im Cannabis, auf Krebszellen draufgeben. Und auf der anderen Seite auch das Extrakt, also vom David, das Pflanzenextrakt. Und dann schauen wir, was passiert mit den Krebszellen. Also verändern die sich in irgendeiner Art und Weise, was passiert mit dem Backstum von den Krebszellen. Und das versuchen wir eben zu analysieren und festzuhalten. Neben diesen gekauften Krebszellen haben wir auch noch eigene Zellen, die wir selbst gezüchtet haben. Und das sind Zellen, die sind resistent. Also wir nennen sie resistente Krebszellen. Das heißt, die reagieren nicht mehr auf eine Chemotherapie. Also wenn man da Chemotherapeutika draufgibt, können die trotzdem wachsen. Mhm. 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 Vielen Dank.